Wenn man nach unten guckt, sieht man das Thema Schlagzeug. Da kommt das Thema Schlagzeug wieder, das sind so Beckenständer von Schlagzeug. Da habe ich vier Mal genommen, eine Glasplatte drüber, jetzt ist er super, Schreibtisch, Bürotisch, Empfangstisch, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Was müsste man für den jetzt beraten? Der kommt auf 1.200.